Moins ein paar Morellos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen zur 309-millionsten Folge mit Murdoch. Macht aber nix. Wir zocken demnächst mal wieder ein bisschen Grimm, aber dann hab ich schon mal ein bisschen Stauraum hier. Was heißt Stauraum? So ein Puffer, ne? Dann kann man immer mal wieder was von Murdoch hochladen. Demnächst hau ich bestimmt auch ein paar mehr Folgen raus. Ich mach mir demnächst mal so ein Puffer, vielleicht von sieben Folgen oder so, dass ich den immer hab. Und wenn ich mehr als sieben hab, dann hau ich zwei Folgen am Tag raus. Das wär doch mal ne nice Idee, oder? Zwei verschiedene Helden am Tag. Ja, weil jetzt hab ich, glaub ich, boah, bestimmt, keine Ahnung, 20 Folgen oder so. Und halt eine am Tag, das reicht ja fast für den ganzen Monat, oder für drei Wochen. Was ist denn mit dir? Ich find das lustig, wenn du springst, wackelt sein Zipfel hinten am Hintern. Äh, zieh das umverkehrt nicht, das ist lustig. Ist schon ein nicer Dude. Okay, Supporter Crunch. Ja, versuchen wir mal Crunch als Supporter. So, da hinten ist noch der kleine Crunch und dann haben wir noch die... Hä? Was, so, die spielen Offlane zu zweit, oder was? Sieht nicht nur so aus. Sieht so aus. Was macht die denn da für einen Scheiß? Ich muss mich kratzen. Oh ne, mach du schnell. Okay, ich hab... Ah. Sagen, jetzt wollte ich ihn dir extra mal lassen, damit ich nicht wieder hier vollgeheult werde. Find ich doch komisch, dass die hier zu zweit auf der Lane sind. Und den Twin Blast alleine lassen. Aber okay, wenn der Twin Blast es kann, umso besser für die. Aber wenn er es nicht kann... Ja, sie pushen vor allem auch relativ krass. Was? Oh Mann, ey. Füß doch auf mit dem Ding hier. Sollen wir sie quieseln? Jetzt können wir sie quieseln. Schön gemacht. Easy. Easy. Weil Crunch hat halt, finde ich, schon einen geilen Slow. Ja, ja. Der ist ja generell, ist ja egal, wo du bist. Der Slow ist immer geil. Aber ich finde halt, Solo auf der linken Lane finde ich ihn nicht so gut. Crunch. Also da habe ich sehr, sehr große Probleme. Nö. Oh Mann. Ja. Ja, jetzt ist es wie mit dem Steel. Ich sage mal so, ich starte halt mit dem Deck genauso wie mit dem Greystone Deck in der Offlane. Und dann habe ich jetzt halt momentan eine 5,1er Live-Region. Was wollen die Gegner? Ja, das ist eine nice Sache. Ich finde, man braucht auch nicht unbedingt einen Support in jedem Dings, finde ich. Braucht man gar nicht. Ja. Nee, es kommt immer drauf an, gegen was man spielt. Dieses blöde Scheißschild da. Ja, ist er gut, ist er gut, ist er gut, ist er gut. Ja, komm, mach mal Gold-Buff. Mach mal Gold-Buff. Warte, jetzt bleib mal vor ihm stehen. Und ich schieße... Nein, du darfst nicht angehalten. Egal. Okay, lass mich. Ah. Jetzt. Äh, sorry. Ohne Deck-Speed. Ich dachte, du machst einen Schiff schneller. Ich dachte, du hast dann einfach auf zu schlagen. Anstatt einfach weiter zu prügeln. Ja, hatte ich auch. Ja, ja, ja. Geh weg. Ja, es ist so drin. Einfach zuschlagen. Die trifft aber auch nicht so gut hier. Achso, okay, die ist wieder zurück. Ich finde das scheiße, dass es keine Animation gibt, wenn die zurückportet. Dann frage ich immer, wo ist die hin? Was machst du denn da? Versuch zu Last-Sitten, wenn ich wenigstens den Gold-Buff nutzen kann für die 2-3 Mal. Oh, lol. Ich mach halt gar kein Damage am Anfang. Oh, lol. Nur auf Region. Hast du... Soll ich gleich... Ich kauf gleich Wards, oder? Ja, kann ich machen, wenn ich gleich backgehen sollte, mal. Ja, geh ruhig. Soll ich kurz backgehen, oder? Okay, der ist jetzt links auf die Lange gegangen. Ja, komm, dann geh back, damit ich gleich... Was? Warte, den Last... Ja, der, den Last-Sitten noch. Ah! Ja, du hast gesagt, den Last-Sitten noch. Ich dachte, du brauchst mehr Damage. Ne, ist egal, wer den brauche. Wir teilen uns ja zum Teil, das Ganze. Ja, ich krieg 60%. So, wenn ich noch einen mehr hab, dann geh ich auch mal weg. Kauf dann trotzdem Ward, auch gleich. Jo. Ja, ich hab jetzt auch einen Ward. Ich fühl mich hier nicht safe ohne Wards. Und der gibt ja auch ein bisschen Damage. Ja. Richtig. Ja, es ist ja dasselbe wie Schutzschut in der Wache haben. Ja, ja. Bis weisen mittlerweile, ja. Oh, ne. Willst du da hin? Oh, Mitte ist Wiesel, oder was? Da wird nicht mehr... Ne, ist es links, wo Party ist. Mitte ist nichts mehr. Oh, außer... Ja, nicht mehr. Ah. Da ist noch ein Greystone, Level 4. Geht jetzt auch zurück. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich laufe die ganze Zeit hin und her. Geht jetzt wieder weg. Ja, ich brauch noch einen Punkt. Ja, wolltest du nicht Back-Base? Oh, links wird gequieselt, glaube ich. Ist er nicht, ist er nicht Howitzer? Wo ist denn der? Jetzt lässt er den Tower fallen. Der Portet sich einfach back ohne Ablöse. Aua. Wann ist das für ein Müll? Was will denn die Gadget hier? Okay, ich hab sechs Punkte. Okay, okay. Bei sieben könnte ich mir eigentlich Live-Leach kaufen. Ja, komm, wir machen das mal. Für die Lane eigentlich am besten. Wenn ich jetzt schon mal so viel hab. Jo. Ich setz jetzt mal ein Ward einfach. Ah, noch ein Last-Hit oder so. Sollen wir Gold-Buff machen? Ah, ich hab sieben. Okay, dann. Ich geh grad back. Dann kaufe ich mir ein bisschen Live-Leach. Probieren wir es mal so rum. Das Geile an meinem Murdoch-Deck ist, du kannst halt mit jedem Scheiß anfangen. Du kannst mit einem Ward anfangen. Du kannst mit, äh, Crit anfangen. Du kannst mit, äh, jedem Ding anfangen. So, dann hab ich nämlich auf jeden Fall mein, äh, Live-Leach schon drin. Find ich ja auf der Lane halt am Anfang sehr, sehr angenehm. Weil selbst wenn du gepokt wirst, gehst du einfach zurück, machst paar Last-Hits, bist wieder voll. Ja, klar, ist praktisch. Ja. Thema T-Borden. So. Bin wieder back im Game. Ja, das ist scheiße, gell? Oh, ich will endlich Level 5 fahren. Crunch ohne Level 5 find ich richtig behindert. Als wär man, als wär man irgendwie nur so ein halber Crunch. Hm. Ja, ja, das ist... Ist die Quiesel? So. Nö, nö, ich will sie nur vertreiben. Wenn man jetzt so keine Experience bekommt. Da pinkel dich da. Hau ab. Willst du? Er castet ein Spell. Wenn du wieder ready hast, bin ich wieder voll. Oh yeah. Ich bin auch Level 5. Oh, ich hab gleich Level 5. Quieseln und Quieseln? Okay, nee. Pass. Warum? Ja, die ist zu weit von der Range. Ich will da jetzt nicht reinchargen. Spürst du nicht den Greed in dir? In den Tower reinchargen? Nee, danke. Ja. Heiß ich, äh, Sonic? Wir müssen mal so ein Darth Sonic T-Shirt rausbringen, wo draufsteht, der Greed ist stark in dir oder so. Greystone macht den Blue. Ja, Mann. Ja? May the Greed be with you. Oh, Greystone, was willst du? Warum? Why do you engage? Da kommen noch alle rein. Da kommen noch alle rein. Da sind auch noch alle rein. Ich glaube, da stirbt gerade einer. Mach sie, quiesel sie. Schön, gequieselt. Quiesel die alte hier. Schön, Upper-Karte. Fuck, ich krieg was ab. Oh, shit. Die bimmst erstmal weg. Ich hab noch Ulti-Ready, gell? Wenn ihr eine möchtet. Wenn der gleich wieder aufsteht, der Typ. Oh, shit. Naja, bin down. Oh, die Gadget hab ich nicht erreicht, nur damit. Ich dachte, die Gadget wird für unsere Accounts. Das hätte ich gemacht. Allied Tower destroyed. Das hör ich aber nicht so gern hier. Was denn das? What the fuck? Ja, warum sterben denn jetzt die alle überall? Ja, find ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Also sie es können. Ich geh mal auf links und nehm mal den Twin Blaster aus dem Leben. Der hat keinen Mana mehr. Dann mach das. Ja, jetzt hat er wieder Scheiße. Oh, boah, gleich Hilfe. Ich würd gern mal back gehen. Und Mitte, Mitte. Ja, Mitte, warum geht denn keiner? Was macht Countess? Oh, Leute, ihr klappt... Ich weiß nicht, was überhaupt irgendjemand macht. Ich weiß nicht, was die beide machen. Wenn jeder mal auf seiner Lane bleiben würde, abgesehen von dir jetzt, weil ich hier bin, aber ich mein den Howitzer und Countess und so, dann würden ja auch keine Tower gepusht werden. Ja, genau. Oder wenn man sich wenigstens abspricht, wenn jemand rotated. Das ist nicht immer das Problem, weißt du. Deswegen verliert man die meisten Matches. Weil man einfach irgendwie, einfach von seiner Lane geht, keiner ist mehr da und man haut einfach irgendwo ab und macht, was weiß ich, was. Ja. Normalerweise ping ich dann vorher, ich brauche Hilfe oder so. Oder bin gleich zurück, keine Ahnung. Wenn der Crizzly Mara jetzt mal hier hinkommen würde, dann ist ein bisschen schöner für mich. Boah, Hobutzer, ja, Hobutzer drückt ihn so weit rein. Ich bin mittlerweile wieder full live auf der Lane regeneriert, aber ich würde trotzdem gerne mal weggehen. Weil ich habe keinen Mana mehr und gar nichts. Alter. Oh, nice. Norden, Norden, was machst du? Der Norden spielt einen richtig guten Stil, aber... Damals hat er mir, äh, einen Skin da donated und da habe ich gesagt, er muss jetzt unbedingt mal mitzocken. Da hat er richtig geiles Stil gespielt. Ey, es waren supergeile Matches, waren das. Ja. Er muss kurz Back-Base, sonst verreckt, verreck ich noch. Mitte wird sterben. Mit Tower. Ich brauche trotzdem mal Hilfe hier. Aua. Ultet die mich, die Alte? Hatten sie noch alle? Aua. Springt die hier rein und ultet mich. Die hat echt einen Dachschaden. Boah, nee, ich, sorry, du, ich muss mit, ich kann dir nicht helfen, sonst fällt der Tier 2 jetzt nämlich auf. Lol. Boah, er wird fallen. Ich war ja ernst, ne? Nevermind. Ja, doch, Hobbits, der Ulti, es hat gelandet, hat gesessen. Wir konnten ihn deffen. Was macht ihr denn da alle? Was ist denn, ey, es ist so traurig. Okay, Countess brought it back. So, ich muss jetzt zurück. Ja, dann geh halt mal weg. Ich muss jetzt auch einen Ward kaufen. Oh, jetzt macht der Greystone meinen Gold-Buff hier, ja, geil. So, so macht man's doch. Nee, ich auch nicht. Wir sind Chimera, habe ich jetzt auch noch nicht wirklich in Aktion gesehen. Jetzt 2, 6 insgesamt. Oh, ich check das nicht. Wer hat hier den Green-Buff gemacht? Macht aber nicht die kleinen Viecher nebendran. Links muss einer hingehen. Wahrscheinlich unser Jungler. Äh, ich bin auf dem Weg. Schreib mal kurz. Ja. Jetzt alle auf der Lane bleiben, ist doof. Weil Mitte wird jetzt gerapt gerade. Weil keiner... Ja, aber wenn die, die sollen die doch rotieren. Weil die Gegner rotieren. Wenn die doch immer am Tower sind, dann kann doch gar nichts passieren. Ja, es bringt nur nix, wenn du nur am Tower-Afk stehen bleibst. Aber es bringt nix, wenn, wenn, wenn... Ja, aber wenn du... Ja, wenn du alleine dann dahin gehst. Schiff dann. Aber normalerweise pushst du nach vorne und gehst dann in den Fight. Aber dann ist wieder keiner mehr auf der Lane. Das meine ich damit. Und dann gehen die Gegner einfach dahin und pushen den Tower. Und so haben wir dann wieder keine Tower, um uns, um backzukommen und zu überleben. Ja, ja, tu... Du brauchst mir das nicht erklären. Verstehe dieses Spielprinzip. Eigentlich ja. Oh, hallo Greystone. Ja, ich weiß, dass du Invis bist. Ich kann dich sehen. Alter, wie oft kann die ihre Periode werfen, ey? Das ist doch nicht normal. Oh, warum kein Knockback, ey? Warum hat denn... Es sind von uns zwei Links... Nichts passiert. Naja, egal. Kann man nix machen. Ja, die Runde hier sieht übel aus. Ja, wohl... Keine Ahnung. Du ein Halbwegen-Farm hast. Aber du musst halt auch mal jetzt endlich mal weg von deiner Rechten. Dann lass halt den Tower fallen. Dann fällt der Tower halt. Aber es bringt nichts, wenn wir jetzt den linken zwei schon verlieren. Wir brauchen deinen Damage. Weil der linke zwei ist jetzt down. Dann fällt halt der rechte Einzer. Das ist doch scheiße, Alter. Aber ihr seid doch auch vier gegen vier. Ja, es... Die ganze Zeit, weil Countess ist die ganze Zeit bei mir auf der Lane. Sobald ich jetzt einmal hier weg bin, fällt mein Tower. Dann fällt der Tower. Ja, ist es so. Aber es bringt nix, wenn sie selbst ihn jetzt links reinpushen. Ja, Mitte auch. Ja, zack. Mein Tower ist weg. Ja. Ja, aber jetzt können die dann halt da auch direkt an den T2. Ja eben, deswegen passiert irgendwas nicht. Irgendwas ist ja hier, was nicht funktioniert. Kann nicht sein, dass sie mit drei Leuten gegen vier Leute einen Tower holen können. Ja, ihr wart ja auch zu viert. Wir waren zu viert. Warum nicht? Nein. Warum warst du tot? Da fängt es ja schon an. Ich war tot. Und dann waren wir noch zu zweit. Manchmal stirbt man auch. Ich habe jetzt keinen Bock auf diese Diskussion, Tommy. Ernsthaft nicht. Jetzt ist schon wieder keiner mehr links. Der Greystone macht hier in Ruhe das Dings. Oh, fuck. Ja, ich werde direkt geholtet, Alter. Na, super. Ja, es lauft noch da rein mit der Mine. Alter, jetzt... Ja, lauft voll in eure Teammates mit der Mine. Er ist auch tot. Das ist so traurig gerade. Ich hätte jetzt noch gelacht, wenn er jetzt noch zu mir hingelaufen wäre. Oh, den würde ich so gerne wegulten, den da hinten. Alter, der hat ja gar nichts mehr. Pass auf, der Norton läuft jetzt da rein, der stirbt jetzt gleich. Ich gebe ihm noch... Zehn Sekunden. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Aber wenn ich... Wenn ich... Wenn ich spawne. Dann ist er tot. Oh, ich habe Punkte bekommen. Ich sehe den Twinblers nicht. Fuck. Fuck. Hallo. User joined your channel. Moin. Moin. Na, Bachi. Ja. Was geht ab? Sterben geht ab. Oh nein. Ja, ich habe gerade eben auch zwei Runden verloren. Heute ist es echt schlimm. Ey, wir haben doch eben voll gewonnen, oder nicht? Ja, heute ist irgendwie der Wurm dran. Ne, stimmt. Das war das Match, wo wir knapp verloren haben. Weil wir den einen Teamfight verloren haben. Ja. Weiß nicht, dann habe ich heute mal Zeit zum Spielen und dann sowas. Men, men, men. Men, men, men. Men, 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 men. Ey, wie man voll dran denken muss. Keine Ahnung. Wo ist denn der KF? Oh, Countess. Ja, okay. Gute Nacht. Weiß ich auch nicht, ey. Geht ihr da YOLO? Auf, da raus. Einfach rauslaufen. Ulti. Außer sehr Ulti. Weglaufen. Bitte in die Base. Nicht irgendwo stehen bleiben. Alter. Geh doch weg von mir. Doch, definitiv stehen bleiben. Sich die Landschaft angucken. Ey, schöne Ulti. Einer muss gleich links. Men, men. Links, Chimera. Geh doch links. Was, die steht da oben rum. Alter, geh ich halt links. Was ist denn mit euch? Okay, die gehen weg. Steht immer noch da. Was macht ihr denn da? Okay. Countess ist hier. Dann komme ich wieder zurück. So, der Lancer ist jetzt da. Ich denke mal, ihr zockt noch ein bisschen hier alleine. Äh, ja, ich wollte auch gleich aufgehen, denke ich mal. Keine Ahnung. Mal gucken. Rechts ist schön blass. So, ja, dann. Okay. Ja, dann chill ich mich so lange mit dem in den Raum und dann. Geht einer rechts. Geht einer gleich gucken, wenn ihr fertig seid. Jo, tschüss. Okay, bis später. Okay, ich gehe rechts. User left your channel. Oh, ich bin komplett oben. Ich bin komplett oben. Das ist ein bisschen Ruhe. Links muss einer. Blatt in der Twin Blast. 31. Okay, da ist mir Punkte voraus. Oh, shit. Jetzt werden sie mich auch go'n. Ja. Ja. Oh, weil ich noch links defenden wollte, damit sie den Tower nicht eindrücken. Ja. Okay, Mero geht jetzt dahin. Ach, ich bin jetzt nur halb voll, was Mana angeht, aber... Naja, der Inip ist down. Spring ihn doch an! Ja, das kriegst du nicht, kriegst du nicht. Mach doch den Inip, mach doch den Inip! Minion, äh, Minion, nicht den Inip. Kriegst du nicht so schnell. Mmh. Fuck. Junge, was ne Scheißrunde. Das ist die schlechteste Runde, die ich heute gespielt hab. Mmh. Die überrennen uns ja auch total, komm... Ja, 5, 16. Probier ja wenigstens irgendwie punktemäßig an den dran zu bleiben, aber der Twin Blast ist halt auch schon bei über 30. Ja. 34, der outfarmt halt komplett. Man, 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 man. Über Norton, falls du das gucken solltest, wir müssen dringend über dein Hobbitz-Attack sprechen. Oh, ja. Oh, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ach du Scheiße. Weil, ähm, okay, du gehst anscheinend auf Outdoor-Attacks, ist ganz nice, aber er ist Caster, Outdoor-Attacks machen nicht so viel Schaden auf mit ihm. AC, du solltest auch Spell-Damage geben. Deswegen Crit schwachsinnig, weil Spells können nicht Critten. Mal nur so als Vorweg-Info. Schreib's ihm lieber mal. Er soll mich ruhig mal ansch- Äh, ich, 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 er kann... Wir haben leider das Hobbitz-Deck noch nicht released. Nee, noch nicht. Also Norton, falls du's anguckst und wir demnächst ein Hobbitz-Deck namens Armory releasen sollten, guck's dir bitte an. So, es geht bei dir, ich hab Ulti. Ah, okay, bist zurückgegangen. Ja, du, der, der ist weit über mir von den Kartenpunkten, der macht mich fertig, der ist 10 Kartenpunkte über mir. Ah, ich glaub erstmal in den Tower. Ah, Countess ist tot. Rechts wird gepusht. Ich geh auf die rechte Seite. Ihr seid ja jetzt... Ja, da ist doch noch der Chimera. Ja, eigentlich müsste ich back-base immer. Kann ich mir jetzt aber nicht leisten. Ja, wenn die überall pushen, auch links gerade, mh, schwer. Ja gut, links können wir nicht mehr viel verlieren. Hahaha. Okay, Steele ist jetzt hier bei mir. Hey, ihr Penner. Okay, haut ab, ihr Penner. Hahaha. Ach ja, GG. Die rennen jetzt gleich einfach durch und dann war's das. Wahrscheinlich. Alter, wieder nicht getroffen. Auf dem Weg nach links, aber... Ah, ich seh die nie, ey. Ist halt, Norton macht halt überhaupt kein Damage. Mit seiner Ulti nicht, mit seinen Outdoor-Attacks, auch nicht wirklich. Countess ist jetzt nicht wirklich so die Hilfe bisher. Back-base, links wird reingepusht. Die rennt zu Fuß, Alter. Okay, ich bin tot. GG. Nein, ein Schuss, der kam nicht mehr raus. Ein Schuss, ich hätte ihn fast gezogen. Ja, und jetzt rennt der Chimera da rein. Rudi, was machst du? Alter, warum rennt der da rein? Ja, ist weg, ist tot. Ich hab's nicht kapiert. Alter, okay. Countess ist da rein. Oh ja, die ist auch tot. Jetzt sind sie wahrscheinlich beide tot. Ich kann da gar nicht hingucken. Mann, ey. Eben, ey. Einen Schuss, dann hätte ich den Twin Blast gezogen, obwohl der mehr Punkte hat als ich. Was macht denn die Countess da? Oh. Sie steht vor ihm, portet ihn an und portet wieder zurück. Das war ungefähr eine Distanz von einem halben Meter, die sie da hin und her geportet ist. Alter Schwede, ey. Also warum er Attack Speed und Crit baut, ist mir ein Rätsel. Was baut denn die Countess? Ja, Attack Speed ist ganz lustig für den Anfang, wenn du Armor War mit reinnimmst. Ja, finde ich. Keine Ahnung, würde ich niemals so bauen. Aber das war's auch schon. Nö, würde ich auch nicht, aber... Ja, dann geh. Ich muss jetzt dringend ins Back Base. Links ist Twin Blast wieder. Alter, wo kommt denn her? Ein Tower gefallen? Ja, das können wir einfach aufgeben. Ja, der zieht den Kern alleine. Twin Blast kommt von links. Ja, ich kann jetzt hier den Enid nicht halten, der ist direkt tot. GG. GG. Alter, jetzt rennt der noch mit dem Sprengsatz hier rein. Ey, wir sind Selbstmordattentäter. Ja, echt? Geronimo! Keine Chance. Jetzt verrecke ich sogar noch einmal. Mach den Kern, mach den Kern. Oh Mann, ey. Jetzt bin ich sogar noch mal verreckt am Ende. GG. Alter, das war echt... Oh, so sad. Richtig schlechte Runde. 6,24, ey. Ja, wir haben gleich Stats. Ah, ich hab... Du hast so einen Punkt mehr als ich. Aber gleich viel ausgegeben. 1, 3, 3 haben wir beide. Du hast vier Minions mehr gekillt und hast einen Punkt mehr. Also einen Kartenpunkt. Da hast du aber gleich viel ausgegeben. Tja. Sag mal, mit Crunch kann man halt im Jungle extrem gut aufholen, weil du farmst halt die Minions so schnell weg. Machst einfach einmal dein E, dann dein Q und dann die Ulti und ein ganzes 5er-Camp-Squick. Ich hab ne Schatzruhe bekommen, baby. Aber ich hab, glaube ich, keinen Schlüssel mehr. Nice. Wo kann man das denn nachgucken? Warte mal. Ey, ich hab keine Keys. Die kriegt man... Ja, du musst mal warten, ne? Bis man die bekommt. Würde man jetzt keine kaufen, oder? Ja, 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 okay. Ne, ne, die kannst du auch droppen. Die kannst du auch droppen. So wie... Ja, ich hab die letzten Videos auch bekommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin. Stay Pam, tschüss! Anzug Bitte markiere meine Feinde Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar Denn das ist im Battle wichtig Damit ihr nix verpasst Also tritt mir in den Arsch Damit ich Feinden in den Arsch Dreht dir, schick den Kommentar Denn das heilt und es spart Leben Für mehr Energie Müsst ihr nur Daumen hoch Drücken, denn mein Highscore Kann sich nicht einfach so füllen Ach du Scheiße, ich hab ja Verbindungspro... Das ist ein bisschen